Absolut kranker Deal. Er ist wieder da. Unbegrenzt surfen mit Unlimited Basic, das heißt für euch eine echte Datenflat mit 2 Mbit. Und bevor ich wieder unzählige Kommentare lese, nein, ein Tarif mit 2 Mbit ist kein Scheiß. Der Tarif ist eben nicht für jeden geeignet und spricht vielleicht nicht deine Zielgruppe an. Aber mit 2 Mbit kannst du sehr wohl YouTube-Videos unbegrenzt gucken, Spotify streamen, etc., etc., Apps aktualisieren, das funktioniert alles. Ihr müsst immer sehen, der Preis tanzt mit der Leistung. Und für 10,99 monatlich kündbar ist, ist ein absoluter Knaller, meiner Meinung nach. Vor einigen Wochen war ja der 14,99 Deal mit 10 Mbit online, jetzt ist wirklich für den, in Anführungsstrichen, Hardcore-Geier, der sagt, ich will unbegrenztes Internet, aber so viel brauche ich dann auch nicht. Und es sollen sogar noch Standorte gehen, wo eh nicht besonders viel mehr als 2, 3 Mbit bei O2 durchgehen. Ja, es ist ein absolut kranker Deal. 10,99 monatlich kündbar. Man braucht nicht viel dazu sagen, wir haben EU-Rooming dabei, WLAN-Call, vor allem flexibel jederzeit startbar der Tarif und flexibel jederzeit kündbar mit 14 Tagen Kündigungsfrist zum Vertragsende. Das ist natürlich schon krass, ne, monatlich kündbar ist schon sehr, sehr krass. Ihr könnt uns die Angebotdetails nochmal anschauen. Einmal haben wir bei monatlich kündbar vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach, 29,99 Anschlusspreis. Aber danach zahlen wir volle zwei Jahre 10,99. Wir können den Tarif monatlich kündbar verlassen. Also wir können monatlich das Ganze kündigen und sagen, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr, vielleicht bietet sich ein anderer Tarif an. Aber für 10,99 günstiger als jede Pre-Pad-Aufladung gibt's nichts Geileres. Also unbegrenzt Datenvolumen, macht's euch nochmal einen Begriff, ne. Wir sind in Deutschland ja, was unbegrenztem Datenvolumen betrifft, immer noch, was andere Anbieter betrifft. Man versucht immer noch mit Datenkontingenten Geld zu verdienen. Auch die Telekom hat in ihren Relaunch-Tarifen, in den neuen, äh, unbegrenzt Datenvolumen nicht für alle geöffnet, sondern immer nur noch in den wirklich hochpreisigen Premium-Tarifen. Beziehungsweise, wenn man mit Familien zusammen ist, kann man da ein bisschen tricksen. Aber wenn man wirklich alleine ist, ein Single-Haushalt ist und nicht irgendwie jemanden hat, dann muss man wirklich, äh, ja, vier, fünfmal um die Ecke gucken und zum Beispiel so ein Deal wie hier abgreifen, ne. Äh, ja, äh, ganz, ganz klasse Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange dieser Deal jetzt hier läuft. Wir haben hier oben nicht wie beim anderen Deal irgendwie eine Ablaufzeit. Sollte sich da noch was tun, findet ihr die Information in der Videobeschreibung. Äh, aber aktuell ist der Deal erstmal verfügbar, ne. Also erstmal nicht, kein Ablaufdatum hier zu ersehen, aber ich denke, der Deal ist auch wieder nur kurzweilig verfügbar. Der regulärer Preis ist hier 30 Euro, sprich 29,99. Und das ist schon krass, ne. Das ist fast 20 Euro weniger als regulär. Eventuell ist das für den einen oder anderen was, ja. Wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, ist sicherlich nicht für jeden was. Aber wer sagt, hey, ich will unbegrenzt, ich mach dies und jenes, man kommt damit schon zurecht. Es ist nicht wie damals der ein Embit, wir haben immerhin zwei Embit. Ja, also damit kann man schon was anfangen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Schön, dass wieder so ein attraktiver Deal da ist. Mir jucken schon wieder die Finger, das als Zweitkarte irgendwie ins iPad zu klatschen oder dergleichen. Oder, ne, ihr wisst, bei mir ist Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang Januar Schluss mit meinem Telekom Mobilfunk-Tarif. Und gut, wir haben jetzt Juli, ein halbes Jahr ungefähr noch. Man guckt ja jetzt auch schon mal links und rechts, ne. Was macht man und wie auch immer. Ja, das soll es gewesen sein. Nur kurze Informationen, alles Wissenswerte unten in der Videobeschreibung und natürlich den Direktlink, weil auch dieses Angebot nicht über Mobilcom, Debitel, beziehungsweise Freenet buchbar ist, sondern nur über den unten in der Videobeschreibung befindlichen Link, ne. Das sind immer Sonderangebote, wird natürlich nicht so der großen Masse kommuniziert, ne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Macht's gut. Servus.